Ja und hast du dich dann nach so einem Gespräch schon mal bei einem Stopp oder Schluss jetzt, so haben wir das nicht ausgemacht, ertappt? Und wie ist es dir in dem Moment gegangen? Hast du dich gekränkt gefühlt? Hast du dich nicht verstanden, nicht gehört gefühlt? Hast du dir gedacht, dein Kind provoziert dich und macht absichtlich nicht das, was ihr ausgemacht habt? Fühlst du dich enttäuscht, weil du deinem Kind wohl doch anscheinend nicht vertrauen kannst?